Verrückt. Vor zwei Jahren hat in meiner Firma, Helmuts Welt, noch niemand über mobiles Arbeiten gesprochen. Und dann kam Corona 2020 und wir alle, vor allem mein Chef, waren komplett überfordert. Ja, das war damals wirklich nicht einfach. Zum Glück erschien genau zu der Zeit der Leitfaden Zukunftsschreibtisch. Darin werden die rechtlichen, technischen und gesundheitlichen Aspekte ganz einfach erklärt. Dank des Leitfadens konnte unser Chef uns erzählen und erklären, wie Homeoffice funktioniert. Und das Beste ist, ich habe jetzt neue Kolleginnen auf der ganzen Welt. Ich bin sehr froh, dass ich beim Unternehmen Helmuts Welt eine moderne Arbeitsumgebung gefunden habe, voller Vorteile. Ich arbeite aus China, kann Arbeits- und Familienleben miteinander verbinden und das Beste, ich muss nicht mehr zwischen Standorten hin und her fliegen. Das ist die gelebte Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt, wie man sie sich wünscht. Dank des Leitfadens konnte ich so noch besser auf die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden eingehen. Sei auch du ein Helmut. Sei ein Held für deine Mitarbeitenden. Dank des Leitfadens. Vielen Dank. Vielen Dank.